Aufgrund des Straßenfestes in Hoyerswerda treten in dieser Woche diverse Sperrungen rund um den Lausitzer Platz in Kraft. Nachdem die Stellflächen an der Stadtpromenade und die Parkreihe am C&A bereits nicht mehr nutzbar sind, wird ab Donnerstag auch der Parkplatz am Busbahnhof Bautzenallee gesperrt. Ab Freitag ist zudem das Parken entlang der Kühlstraße untersagt. Zu Vollsperrungen der Bautzenallee kommt es von Freitag ab 17.15 Uhr bis zum Montagmorgen 4 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Kreuzungen Einsteinstraße und dem Kongresshotel. Auch die Kühlstraße wird zwischen dem Kreisverkehr und der Kongresshotelkreuzung für den Verkehr in beiden Richtungen dicht gemacht. Die Haltestellen für den Busverkehr vom Lausitzer Platz, auch Flixbus, werden an die vorhandenen Bushaltestellen in der Erich-Weinhardt-Straße und Käthe-Niederkirchner-Straße verlegt.